Hey und herzlich willkommen zur ersten Folge von HiOnLife. Ich verstehe gar nichts mehr. Wie ist das? Du gehst ja einfach nicht so oft. Ah, Eros. Ja. Ja. Willkommen in der ganzen Welt! Was? Also, das ist Blim City, nicht schlecht, oder? Ich weiß nicht, wie wir ihn finden werden. Lass uns einfach fragen. Es gibt alle verschiedene Aliens hier. Lass uns einfach fragen. Er ist bekannt. Okay, geht es weiter. Welche Wahl haben wir? Ja, wir kriegen die ganze Ausrüstung. Yeet. Wow, fancy. Heiliger. Ich kann nicht mehr zustehen. Er hat überlebt. Mr. Kips. Ich weiß nicht, warum ich da hingehen muss, aber machen wir es mal. Da haben wir dir. Wobbly, wobbly. Wobbly, wobbly. Geh mal hin. Tschüss. Ah, da wird er jetzt angezeigt. Da wird noch einer angezeigt. Wo? Wird er nicht weg. Und jetzt gehen wir. Was? das ist richtig und deprimierend schaut doch auch anders aus, aber Oh, das ist so. Ich weiß nicht, was ich so. Ich weiß nicht, was ich so. Aber ich weiß nicht, dass ich mich nicht so gut bin. Hey, Gene sagte, dass du den alten Dodge-Unit mit diesem Bounty suit hast. Oh ja, das haben wir. Warum? Du willst es? Ich will es auch. Also, es wird dir kosten. Ja, ja, wir wissen, wie das Geld funktioniert. Also, wir finden die die Kampel-Animation. Und wir versuchen die Kampel-Animation. Du erholt, denk. Du erholt, denk. Du erholt, denk. Du bist in Gaddare, du sitzt und komm schon, du weißt, dass die Zegade Gaddlion's Unwege sind und sie liegen in deiner Antworten. Lass uns dir eine größte Tasche besorgen und das ganze Zeit in der Natur zu finden. Gaddare zu halten, ja. Sie passt dir in den Anzug, sie ist bequem, du kannst Gaddare besitzen und es einfach in den Geld leeren Mäuelern schieben, wenn immer sie es brauchen. Nie wieder, keine Gaddare mehr für dich. Ok. Und du kostest es dann? Oh, tun uns. Auch Häuser zu kauft? Ah. Ausweicheinheit. Du kannst versuchen ohne dieses Ding auszuweichen, aber es wird nicht eine andere zu effektiv und oder cool sein. So weichen die Profis aus, mit einer Ausweicheinheit, die sozusagen den Raum um dich herum so verzehrt, dass du in der Lage bist, naja, schnell auszuweichen. Ok, da geht's. Ein Dodge Unit. Hat ein schönes Leben. Ok, wir haben es. Lass uns diesen schlechten Mann ausprobieren und dann zurück zu Gene. Jetzt steht, wie viel es kostet. Das ist meine Traum, oder kannst du sie mit uns um Musik zu machen? Naja, nicht speziell. Ok. Hm, 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 gute Wahl. Haha. Knifey. Kopfgeldanzug. Scannen sie hier. Wie kann ich die Traum benutzen? Hey, buddy, du kommst hier oft? Oh, das war ein schlechtes Ding zu sagen. Gegenstände. Verbesserung, ne? Irgendwie. Kann ich die Traum nicht verwenden. Okay. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir da holen noch. Ich weiß gar nicht, was smart war. Das hier drüben klingt am smarteststen irgendwie. Kopfgeldanzug. Und der Kugel. Das ist ein guter Mann. Der Kugel. Und der Kugel. Und der Kugel. Ich weiß gar nicht, wenn du das mit ihm anstiegst. Und der Kugel. Die Jäger bist hier in die Fügelmärkte, zeig sie zu, damit du mehr Gesundheit speichern kannst. Ja, das machen wir mal, hätte ich gesagt. Nice. Und das ist automatisch... ...angezogen. Ja, das ist der Dodge. Okay. Jetzt haben wir 130 KB, haben wir jetzt erst 120 oder 100 KB? Oh, das ist ziemlich cool. Der Dodge fühlt sich jetzt noch nicht so broken an, aber ja. Ich war einfach zu dir persönlich, dass ich... ...ich...ich...ich...ich...ich...ich...ich...ich...ich...ich...ich...ich...ich...ich...ich...ich...ich...ich...ich...ich...ich...ich...ich...ich...ich...ich...ich... ...und...m штab! The next step, taking down their head officers. Okay, you're positive that we're ready for that? Yeah, whatever. Might as well try. But they won't be pushovers like Nine Torque, so... Well, to be honest, I don't care if you live or die. You know that. You know my whole deal. But hey, it's your funeral. So go check out the Bounty 5000 whenever you're ready. Got two G3 leads for you right now. Krubus and Douglas. You can pick which one you want to let kill you first. And we're going to try to kill you again. Let's do it first when you do it. We're going to earn a bit of money and we're going to buy everything in the store. A bunch of fucking sand in my eyes. No, you're... you got a helmet on. No, I don't... I don't. And she takes his hand and tells blood. It is so fucking dangerous out here with this fucking weather. You never know what kind of shit's going to fly into your face with the wind and the sand. But... but we should be able to make it to Dreg Town if we just, you know, trudge through it. Okay. Oh shit, Griebels. Look at him go. They eat up broken ship parts. Does it taste good? No idea. I'm not about to give it a taste test. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? What the hell Jetzt habe ich mich gerade angefühlt wie ein Monster Hunter Den brauchen Was war denn das mal? Irgendein Raumschiff oder so? Ich habe dich voll von Ghosts Gegenstand erhalten Müll sagt Babys Hashtag 5 Online Oliver Oliver liebt es seine ganze Zeit auf Webseiten zu überbringen und sich von ihnen den Kopf dämen zu lassen Die einzige Gedanken die sein Gehirn zu diesem Zeitpunkt noch erzeugen kann sind entweder vage rassistisch oder übersexy getun Ok Also da sind alle Leute Ja, die G3s nicht offiziell werden, aber nicht offiziell Ja, die, 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 die runen hier und mit einem Iron Fist Ja, die sind nicht weg Hold on maybe we can use that to our advantage We are going to throw the ball in the other hand What the hell und es wird dich verletzt, also nicht in die Hand zu gehen. Ja. Okay. Ja, das ist wahrscheinlich viel Spaß für dich, aber ich bin auf ein paar Spiele, und ich kann dir sagen, dass das ein bisschen schrecklich ist. So, let's get to the good stuff, alright? Du bist auf? Die kann man zu meinem Vater benutzen. Ich bin nicht ganz. Weil sie quasi explodieren, die Dinge nicht machen. Ich kachte den ganzen크ücken. Ich habe ihn verstanden, wie ich aufstehen. Ich habe das ganze Geir-Geheld. Ich habe das ganze Geir-Gehluss gegeben. Ja. Ja. Ich liebe dich mehr als alles in der Welt. Ich mach ihn mal da hinten. Da runter kann ich fahren. Ui. Oha. Gängstädter halt. Mutionsbeutel. Ist ein wenig wie logisch ob die Mühe gibt. Kenn ich? Platz? Bin ich da kenn ich? Ich hab gedacht in den Back. Um mehr, um mehr Motionen. Achso, Kenny ist. Ok, nein, der heißt ja. Hast der Kenny? Zu erhalten. Auf diese Weise kannst du viel mehr verfehlen. Die geht trotzdem nicht die Motionen aus. Oder kannst du einfach überhaupt nicht verfehlen um mehr Schüsse landen. Das liegt uns hier. Nice, 17 Schüsse. Das hat sie ausgezahlt. Das heißt, wenn man da 100 hat, kriegt man auf jeden Fall eine gute Upgrade. Nice, nice, nice. Warte, was ist das Sein? Sandworms. Oh, shit, das ist richtig. Okay, wir müssen wirklich sehr vorsichtig sein. Äh... Heilige fucking... Ja, okay, wir sollten vielleicht... ...auf Shooter achten. Hehehe. Das ist vorbei. Ach so! Das ist ein Dorn. Was der f***? Das war der Bord, no? Er hat sich in den Augenbrauen. This alien is a piece of shit. Look at you fucking alien coming in here treating us this way. You fucking piece of shit. Holy shit, those guys are intense. You could have killed them, right? I would have been fine with that, I think. What? We could have killed them. Come on, shoot some slime out of my trick hole. What's so gross about that? Yeah. The weapons are a bit of a bit of a bit of a bit. Now we are wondering how much they have to kill them. Because sometimes they have to kill them. But somehow we wouldn't let them know. Dann würden wir die Waffe wahrscheinlich nicht, wenn wir ihn benutzen. Aber... I don't know. Ich bin schon da oben gekommen. Springen vor der Drücke dann. Das geht sich aus. Oh, ich glaub. Okay, ja, 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 ja. Okay. Okay. Wir haben die Schrauben. Du wirst nur schauen. Oh, du wirst ja schon. Oh, du wirst denkst du, was du? I surging. Oh, du wirst du dir nur noches. Old Town. Die Call me Old Wet Grundy. How can I help you? So, uh... Why do they call you Old Wet Grundy? Es ist weil ich alt bin. Und ich mich immer wieder aufhören. Ich mache das jetzt. Du bist aufhören? Du bist aufhören? Oh, ja. Big time. Es geht noch. Oh, das ist ein guter. Oh, das ist ein guter. Hey, wirst du wissen, wo wir einen Mann namens Douglas finden? Douglas? The G3 fella? Oh, das ist ein guter. Ich habe nie gesehen, dass jemand so viel zu essen wie ihn. Warum, das letzte Nacht... Bro. Ich sollte nicht ausdrücklich sprechen. Der G3 hat das nicht gefallen. Und ich mag das nicht. Ich gehe nach Drecktown. Ich bin sicher, dass du ihn findest. Und wie kommen wir nach Drecktown? Es ist schon ein bisschen für mich. Oh, das ist einfach. Du gehst durch diese Garten, nach Old Town und schießt direkt nach der Mainstrippe. Du kannst nicht missen die große Drecktown entrance. Es ist ein echtes Gott-Damm-Eyeshore. Ich hoffe, dass ich es nicht rauskriegt. Ich öffne die Garten für dich. Oh, danke, Grundy. Das ist alles, Grundy. Und natürlich, öffne die Garten ist mein ganzes Job. Das ist warum ich hier bin. Ich bin froh, dass ich es für einen Charme und ein fröhnen, wie du. Okay. So, uh, you know, tell us. What is this place? Well, I just told you it's called Old Town. Back when settlers first landed on this asteroid, we formed a little trading post free from galactic law where anyone could come and do as they please. Nowadays, Drecktown stirs all the thunder, but for a few years there, Old Town was nothing to sneeze at. Alright, so Old Town is the Old Town and Drecktown is the new one? Old Town has heart. Used to serve real purpose for the people. Drecktown is just a pit of debauchery and drugs. The consarned G3 Cartel. Alright, let's go. Have a good time. Same. That party last night. Hey, look at that one. Here, you're a scary doctor. Let's get him! Here. This is the right- This is the right- Here it is. Let's get him. With theдж ones. Here. You guys like what you're taking. Let's get him out of the Maslow phase. I'll keep this away. This is a pit of saves. Yeah, that's a pit of saves. I might keep it in trouble. Oh, you're gonna kill me? Please, my butt! I just stand around and tell people that. Hey, sorry, excuse me, I'm just curious, is there a fella named Douglas down there? What, like G3 Douglas? Uh, yeah, it's his job to be down there. I heard he was partying pretty hard last night, though. Hey, I can't let anyone in right now. There's too many recruits causing trouble in town. I get in trouble when that happens, so I'm gonna keep the gate locked until they stop. Or get killed. Wink wink. Are you telling us to kill them? Whoa, I didn't say that. I just said wink wink, and... Okay, yeah, that's what I meant. So go kill them, and I'll let you through. Oh, you wanna talk to me? You got some questions for me? I mean, do you like sitting here guarding this gate? Seems kind of boring. Oh, I hate it. Worst job I've ever had. All the new G3 recruits come busting in and out all day, and all hours running around, shooting the place up, and causing trouble. I'm always really freaked out I'm gonna get shot and die, but... Hey, it's a living. Man's a real winner. Let's get ready for suffering, dude. I'll prepare to be able. It's good. It makes damage. Nothing good, this one. But you can get a little bit of a fight with that. Especially the West. Okay, you have to keep the sides off. I got too confident. I'm not sure about that. I'm sorry. Another wave. I'm mad on you. Killing these weak fucks doesn't do anything for me. Consider that an early... You know what? I just have a weird, mysterious feeling that there's probably some more G3 causing trouble, you know, somewhere around town. We should... We should maybe deal with it. What the hell? Don't do anything, I don't know if I killed. I don't think I have to kill you. Whether you're up or not, you're good. Mercs. Okay Das ist ein Wiener, super Wow, schau an die Stamina, du hast so viel geschehen, oh mein Gott, danke. Oh, aber du weißt was, ich habe irgendwie gedacht, ich hätte ihn verdammt. Also jetzt, ich weiß nicht, ich gehe nachdenken. Bis zum nächsten Mal. Okay. Woher geht eigentlich? Da unten der dolle Untertitel weg. Da unten der dolle Spahn. Da unten der dolle Spahn. Da unten der dolle Spahn. Das macht so gut. Oh Oh man. I wanna know what happened. I wanna ride around that Melody set them right here. These little guys barely even count. I've played. I've played. I've played. Where is it? Oh. Alright, looks like things have quieted down a little bit. You know, thanks to us. You know, quite a team we are. Anyways, let's poke our way into Dreg Town now. Let's go to Dreg Town. What? What? Thank you for watching. If you liked the video, please like that. Don't forget to subscribe if you will see more of it. And see you next time. Bye. Bye bye.